Und welche Apps nutzt du denn da jetzt? Also welche App ich wirklich gerade ganz gut finde ist BJ von Algorithm. Wie funktioniert das? Ich hab auch jetzt ein bisschen das Läd. Dort kann man zu Musik Videos mixen. Wir machen es jetzt mal mit Absicht ohne Musik. Da hat man die Möglichkeit zu streamen. Ich könnte jetzt hier einen Track aus der Mediathek aufspielen. Und ja. Da kann man viel witzige Sachen mit veranstalten. Und was macht man dann mit dem fertigen Video? Du hast dann halt, kannst du bei YouTube hochladen. Gibt die Möglichkeit. Oder ja, guckst du es doch heute an. Dazu passend. Auch von Algorithm die DJ App. Kennen ja viele wahrscheinlich schon. Auch nette Sache. Kann man auch schöne Mixer machen. Und ja. So ist die Zeit vertragen. Und das ist wirklich echt ganz gut für so eine App, die 34 Euro kostet. Ja. 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 Ja.